Hallo, ihr Lieben. Unsere erste Station auf Bali war direkt in Ubud, und zwar in Buana Homestay. Hier kann man es lesen. Buana Homestay. Ein wunderschönes Homestay, relativ neu gebaut und sehr zentral gelegen in Ubud. Also man geht wirklich nur, ich zeige es euch kurz, die Straße hier runter zum Ende und ist mitten in Ubud. Aber hier draußen, beziehungsweise hier im Buana Homestay, hört man gar nichts vom Verkehr. Ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch das schöne neue Homestay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier wohnen wir. Man kann es erkennen, am hellen Achtung alle Badesachen. So, jetzt habe ich euch mal das Buena Homestay ein bisschen gezeigt, den Außenbereich und die Zimmer. Nochmal kurz zur Lage. Wir sind hier nur eine Seitenstraße entfernt von der großen, schönen Hauptstraße, die zum Palast führt. Also es ist alles zu Fuß ergebbar. Wir zahlen hier pro Nacht 23 Euro inklusive Frühstück, haben über Airbnb gebucht. Und wie gesagt, das Homestay hier ist ganz, ganz neu. Ich glaube im Dezember wurde das erst eröffnet. Und es ist sehr sauber. Die Mitarbeiter sind unglaublich freundlich, wirklich ausnahmslos. Jeder Mitarbeiter hier, ob von der Küchendame bis hin zum Putzmann, bis hin zur Rezeption. Also es sind alle super toll. Wir haben hier direkt auch einen Roller mieten können. Hallo? Wir haben hier einen Roller mieten können. Wir haben hier, glaube ich, 18 Roller zur Verfügung. Inklusive Helm natürlich. Und können auf jeden Fall das Buena Homestay sehr empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns dann auch einen Daumen nach oben. Abonniert bitte noch unseren Kanal. Das ist ganz wichtig. So verpasst ihr keine Videos und werdet immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video bei YouTube hochgeladen haben. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.